so freunde herzlich willkommen zurück zum vormeinlich letzten part hier mit mares ja leider heißt es bald abschied nehmen ja wir werden uns jetzt dann ein bisserl durchspotten und den letzten angriff oder einen angriff starten auf die festung hier quasi die erste festung in unseren coob ausflug hier in fargraf hier riske nix wir gehen trotzdem den tunnel ja ist die beste idee aber diesmal müssen wir nicht auf die mien aufpassen die sichtbar eigentlich eh also außer die liegen im gebüsch dann wird schwierig aber die sichtbar sonst eigentlich eh da liegen sie eher weniger das ist es auch fast dass sie die rechts oben nicht sicher eben weißt du kann ich kühlen was hast du für geiles gewehr oder tja schau her schaust du an schnuppe mal ich kann ja das war es 50 oder so was hast du aufpassen wer davon ist immer eine miene wir können ja wir können wir eigentlich schesse verstärkung aber egal egal gehen wir außen rum was war jetzt ja die haben uns entdeckt nicht aber irgendwie haben sie selber gesprengt die idioten die frage ist haben wir nie ein paar tippen bei uns drin dann wird es nicht optimal können wir es sogar noch locker unentdeckt schaffen die frage ist haben wir nie ein paar tippen bei uns drin dann wird es nicht optimal die hülle nicht normal netz ne 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 ja oder oder nein nein über uns ist dein stück ausgestattet das ist krass wir sind über uns sind zwar sniper der waffe hast du den schussgeräusch gehört kannst du den typ am tor von ausschütten wo am tor von ach ja ich würde es einfach so machen nicht schlecht ja wir lassen wir einfach wirklich wir warten jetzt einfach oh fuck die kommen oh oh die kommen ja aber die sehen uns nicht solange du nicht in den sichtbereich laufst sehen die uns nicht an na 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 ja der erste ist schon weg und der zweite den habe ich auch gleich der sechste ist auch schon weg der ist auch schon weg der hat mich zwar gesehen aber ja jetzt wird es richtig die über uns rufen jetzt sicher nein ich glaube nicht weil sie es nicht entdeckt haben das war ganz knapp aber bleib 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 ja da ja passt ok ich geh zu dir in die warme stube aah die grippe haben sie durchgeschaut aah bist äh weißt was ich schau jetzt dass ich wirklich schreien ganzen Sachen aus schieß ich schreien dass ich wirklich schreien ganzen Sachen aus schieß sind in 30 Sekunden da wir kommen von Süden wir kommen von Süden wir müssen wir aber schaut dass ihr die Verstärkung nicht zieht zu spät glaube ich ähm ähm um der Heli ist über uns allerdings die Frage ist wie wir holen wir uns wir hätten jetzt eigentlich mit einem Mg mit einem Mg mit einem Mg der Omi ist ja Mg ach, stationär auch als Wort aah da ist eh ein Sniper das ist ja Mörs, was ich da hab na, da gibt es auf der Online-Seite gibt es Mg warte mal Uncle K macht das so ja, passt ok wer hat dich das noch aufird uuu uuu veel ja, so lange drüber rausschniken is ja sehr sehr schwer rπο Schade, dass der in den letzten zwei Zeichen gescheiter ist, aber wir haben es geschafft. Ich laufe mir lieber einen anderen Weg. Vielleicht Finn ja im G, aber ich glaube nicht mehr, dass das so viel Wirkung zeigt. Was ist das denn hier? Jetzt da, ja. Ja, ich würde sagen, das wäre geschafft. Irgendwas taugt der Mobber noch nicht. Wie soll man den Alarm ausprobieren? Ein letzter Alarm vielleicht? Vielleicht irgendein Propaganda-Poster? Irgendwo irgendein feiges Soldatenmenschchen, das irgendwo in der Ecke versteckt. Ist mir gerade ein bisschen schleierhaft. Wo ist denn? Da draußen haben noch zwei. Wirklich? Oh, die können wir noch im Doppel... Komm mal her, komm mal her. Ja, da drüben. Keine Ahnung warum und wie, aber... Voll dann eben geil. Ich nehme den rechten, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Oh, das war wirklich geil. Das war extrem. Das dürfte nur noch raus, wissen Sie. Sag mal. Verstecken Sie die? Freunde, Freunde, was ist denn jetzt hier los? Geschafft und dann doch nicht. Oder wie? Äh, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Hatten wir das schon mal im Koop, dass sowas nicht ging? Ich glaube ja. Also, Iwas, wirklich. Also... Was gibt's denn sonst außer Gegner zu töten? Also, nur mal nachdenken. Äh, Festung ist an sich ja nichts anderes als... Ich wüsste nichts, was wir nur machen müssten. Der Alarm ist tot. Oder irgendwelche... Abgeburten? Nein. Gar nichts. Ist ja das Lustige. Wir können ja... Wir machen jetzt folgendes. Du springst auf. Äh, wir fliegen... Ich fahr... Ja. Achso. Und dann fliegen wir weg und dann schauen wir mal vielleicht, äh... Ja, müssen wir vielleicht nochmal machen, aber dann müsste es eigentlich gespeichert bleiben. Weil... Das kann doch nicht sein, dass sowas nicht geht. Außer wir hängen jetzt ewig in der Mission fest, in der Schleife. Das wäre ja... Das wäre ja... Ja, aber selbst Wahn... ...haben... ...haben die Erde es trotzdem geschafft. Ja, klar. Haben sie schon. Hier optisch nicht. Boah. Hier wird geschossen. Hier wird geschossen. Ich füge nochmal zurück. Bitte. Ach, da hinten. Ja, ja. Oha. Ein Karma-Ereignis. Okay, was? Ich möchte mal einen Takedown. Takedown. Boah. Yeah. Der einzige Takedown in sieben Parts. Ich weiß, Freunde. Schwache Quote. Das war früher mal anders. Da habe ich mir fast jeden Gegner mit einem Takedown gehalten. Glücklich. Ja, ja. Das war schon. Episch. Ja, das war es schon. Leider. Obwohl die da unten möchten noch irgendwas vor uns, glaube ich. Aua. Ja, hallo. Wir sind doch da. Ja. Ja, schreit. Sprich mit der Wand. Ach so, eh. Halt nur zu reden. Danke. Ich danke dir tausendmal. Hundertmal reicht schon. Okay, ja. Ja, das war es eigentlich dann schon. Ein spektakulärer. Ich weiß nicht, was mit der Mission ist. Die Mission ist auf jeden Fall nicht geglückt, weil die mir noch fehlt. Ist klar, wir haben auch noch nichts bekommen dafür. Ach, weißt du, was lustig ist? Ich habe jetzt auf einmal vier Shangri-La-Missionen. Oh, lol. Das sind immer mehr bei dir. Das Lustige ist, das sind alle. Das heißt, drei Missionen wären ja nicht schlimm. Die Frage. Ach so, ich kann ja mit dir nicht mehr Kampagnen ein bisschen überspielen, wie es sonst gehen. Darum können die auch nicht auftauchen. Die Ente. Hast du das Rasen nehmen? Ja. Ne, das ist ein Hackschnitzel. Ne, Hackschnitzel. Ich wollte gerade sagen, Forstwirtschaft hier. Forstgirokopter. Ja. Ja, irgendwo, genau. Das ist das geil. Die Idee. Ja. Ja. Da fragen wir mal, warum ich kann den Namen auf den Motor, die Lust haben. Check nochmal rüber, bitte. Oh, die Aussicht, Mensch. Oh, die Aussicht, Mensch. Oh. Das war so ein episches Screenshot von da. Was? Kannst du mal machen? Ja, freilich. Oh, schon. War nicht so. Ja. Oh, geil. Passt. Alles klar. Ähm. Ja, entscheidend. Wie kommen wir denn? Kann man auch nicht hin? Hahaha. Ach, Alter. Wirkt der Arme nur kurz rüber. Links? Rechts. So. So. Jetzt so. Jetzt so. Ah, ha, ha. Da steh'n noch wieder an. Stopp, stopp, stopp. Seid Männer. Werden sich zu leicht aufgeben. Nicht zu lange erlebt. Nicht zu lange erlebt. Okay, hat sich jetzt zurückgesetzt. Okay, lol. Das war eigentlich. So, gehen wir nur mal kurz in den Angriffsmodus. Ja. Näher aus eurer Position. Oh, lol. Die erste Mine rein. Gleich ist mir fast tot. Ja, genug. Achtung. Kann man nicht rein. Okay, kann man rein. Au, au, Alter. Na, da kommt ein Panzer-Gefanzerter-Typ hin. Sniper, Sniper. Nee, Junge, Junge. Pass auf. Pass auf, ich kann doch sowieso nicht rein. Ach so. Was? Du kannst nicht reinlaufen, oder wie? Ja. Bei mir ist das Tor zu. Waaah? Ehrlich? Zwei. Also, so viel, wie wir es vorher gelobt haben, aber so perfekt. Ja, die, die, solche Bugs, okay, die waren schon immer bekannt, leider. Aber es hat trotzdem, eigentlich trotzdem immer gut funktioniert, aber irgendwie... ...ist da jetzt irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Oh, fuck. Ich bin runtergefallen. Okay, ich bin fast tot, aber ich habe einige, nicht? Ich werde es jetzt so machen. Du killst bitte irgendwie, wenn du es schaffst, den Heli. Weil, das ist ein... Warte, warte. Ich muss... Ja, ja, ja. Ich muss den ersten mal hoch. Ich bin da runter. Aber es ist wurscht. Ich schaff schon. Ich bin da oben. Ich bin da oben und greife. Kein Problem, kein Problem. Oha. Der Sniper, oder was? Verdammt, der Axt. Die killt aber gut. Boah, der echte Sniper. Und wir haben leider keine... ...möglichkeiten mehr zu killen. Wer? Wer? Der Sniper heute. Ja, den vielleicht können wir den Sniper haben. Der Sniper tot. Okay, seit der Sniper tot. Einer ist noch da. Der ist auch tot. Okay, wo ist es entgegen? Downloadset. Ah, jetzt haben wir da neuliche nachkommen. Ich hab zumindest mal die Alarm mit deaktiviert. Oh, geht mir der auch noch falsch. Schüss ein paar Mal mit dem Panzerbricht. Der raucht eh schon. Oh, jawohl. Der schützt schon. Oh, Multikill. Wirk. Da kommt Freude auf. Ja. Oh, der fliegt mir Granat. Ja, da kommen wir ein paar Typen bei mir, gell. Oh, Alter. Oh, verdammt, Alter. Null Leben. Null. Oh, hast du vielleicht ein Medikit? Äh, eine Spritze für mich? Das du mal geben kannst. Nein, wirklich nicht. Steht da Null? Äh, ja. Oh, Alter. Ja. Wer hat die Bieder bewährst? Ja, alles klar. Da schau ich mir unbedingt an. Öha, öha. Was? Weiter. Oh, jetzt schon wieder. Das ist der Hecker. Schau dir das an. Das ist der Hecker. Ja. Kopfschuss. Servus. Oh, der explodiert jetzt aber bitte nicht. Fuck. Ich hab Nummer 4. Dann geht's ruck, 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 ruck. Ja. Das wird uns nicht kennen. Das wäre nicht in meinem Interesse. Da kommt der nächste Heli. Oha, also jetzt scheint es aber irgendwie zu fruchten, weil es viel schwerer ist als vorher. Ja. Viel mehr Gegner. Oha, da schleicht dich. Da stirbt dann doch mal. Kopfschuss ist der sofort weg. Wow. Die landen da echt jetzt? Ernsthaft? Ist das so cool? Ja, ist das so cool. Aua, aua, wow. Das ist jetzt sehr länger ernst. Hanf. Nee, man Compare rund 3. Skypost. Die Horn verstaucht oder so. Ja, 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 ja. Das dauert. Egal. Ich bin selbst wieder verbunden. Schwns. Ja, korrigiert. Nein, alter. Scheiße. Aua, aua, wowau, woawo, wowau, wowau, wowau. Das ist los. Was das wunderschön ist, der Sniper hat einen Bug. Der, envy wir. Oh, jetzt RMT hat einen Bug. Ah, Granaten, jetzt dämmt der Mathe euch ein bisschen zu. Thomas, du schaffst das sicher nicht mehr, ne? Egal. Ich bin tot. Ja, respawn 16 Sekunden, muss das noch ausreichen. Scheiße. Das schaffst du schon. 10. 6, 5, 4. Der Pepp tells U. Polade mal für dieses Wort, das wird wirklich sein. Wann was gestorben was da? Hm-hm. Ach, das der ist da nicht! Oh ja, jetzt steht der Weg! War da! Ich möchte nicht fliegen, hallo. Ich möchte nur killen. Scheiße. Oh fuck, fahrts überhaupt schon lange. Das lustige ist, ich glaube, das fliege ich mir unsichtbar sein. Wir schießen unsichtbare Gegner ab. Nice. Doch, wirklich. Die existieren mir nicht. Zu mir kommt das Ging, oder? Obwohl, das Problem ist, ich weiß nicht, wo die schießen. Ich brauche ein bisschen, äh... Obwohl, doch, es ist ein Heli. Doch, 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 doch. Ja, so denken wir, dass es ein Heli ist. Ich weiß noch nicht, was ich anstellen werde. Okay. Bist du da? Wenn du schnell bist, kommst du zu mir rein. Laufschau. Ich gehe sie nämlich noch aus, wie gesagt, wenn du schnell bist. Au, jetzt zieht sie nicht schnell. Scheiße. Scheiße. Ich kann die nicht heilen, oder? Nein! Sei ein Mist. Ja, das ist wieder der Bug, der nicht geht. Das war schon mal. Also, so manche Sachen... Äh, wo war das, wo war noch mal das im Ging? Äh, war es hinter dir. Auf der anderen Seite, weiß ich. Jetzt stellst du nur auf der anderen Seite. Ja. Raus, so. Links, links, viere, viere, viere. Da kannst du dann links hoch springen. Ja, da. Okay. Aber das kannst du vergessen. Das geht, das geht einfach nicht. Ist das jetzt im Kiln, oder wie? Ja. Das geht nicht, weil... Du hast jetzt nicht so hoch zugegangen. Na, das geht schon. Ha, 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 yeah. Es geht doch. Haben wir es doch noch abgeschlossen. Boah, perfekt, Mensch. Cool. Fahrt mit Überlänge, perfekt. Perfekt, ja. Na, cooler Abschluss, würde ich sagen. Ja. Und damit hätten wir es eigentlich auch schon gerissen, Far Cry 4. Bei uns beiden. Wieder mal in den Ausflug genehmigt nach Kürrat. Aber das dürfte jetzt der letzte gewesen sein. Ja. Aber es hat echt sehr Spaß gemacht. Ja, war cool. Kurzweilig und cool. Cool, ja. Wie gesagt, man hätte wirklich viel, viel Geiles daraus machen können, wie die kompletten Coop zusammenspielen. Oder einfach... Denken wir gerade. Na, passt. Dann tschüss.